Hier ist Bullenhorst, Gemeinde Wendthof AS am Sandesneben, Bullenhorst. Und da haben wir da schon eine Kuh auf dem Schild. Also hier Bullen oder Kühe, massenweise. Das Haus ist zu verkaufen in Bullenhorst. Was ist hier los? Sieht trostlos aus. Ist aber alles sauber. Kein Schmutz. Kein Dreck. Ja, das war's aus Bullenhorst. Bye-bye. Bye-bye.